Schaffst du es, diesen Hundekopf zu retten? Keine Angst, kleiner Hund, ich werde dich retten. Dafür zeichnen wir hier diese Linie, besteht aus diesen Bällen. Und wow, es fallen Spikes auf den Hund drauf und... Oh mein Gott, Freunde, wird es überleben und... Let's go! Wir haben das Level bestanden. Ich hab's dir doch gesagt, kleiner Hund, bei mir bist du sicher. Aber solche noch viel weitere Level, wo wir verschiedenste Hundeköpfe retten müssen, werden wir im heutigen Game bestreiten. Dabei wird dieser Hund von gefährlichen Dingen angegriffen. Und mit Hilfe unserer Zeichnung müssen wir ihn probieren zu retten. Und damit... Hey, Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und drängst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, wir befinden uns heute mal im Game Safe Board, wo wir diesen kleinen Hundekopf, hey, kleiner Mann, retten müssen vor gefährlichen Dingen. Dafür können wir hier eine Linie ziehen, bestehend aus verschiedenen Bällen. Und wir bauen ihm jetzt ein kleines Häuslein. Und dann wird er... Wow, angegriffen, oh, von Bienen. Halt durch, kleiner Mann, halt durch. Keine Angst, die Bienen werden schon gleich verschwindet. Und let's go! Level Nummer 2 haben wir auch erfolgreich bestanden. Ich dachte am Anfang, das wären Spikes oder irgendwie sowas. Aber das sind anscheinend Bienen oder sowas. Oh, was macht der denn jetzt? Okay, hält sich da oben fest. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir zeichnen wieder eine Linie. Ey, wir zeichnen ein Herz. Guck mal, Hund und Buh. Und jetzt würde ich sagen... Wow, 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 wow. Oh mein Gott, die Bienen sind richtig nah hier dran. Halt dich gut fest da oben. Halt dich fest. Halt dich fest. Und, oh, das war knapp. Ich dachte kurz, sie werden ihn erwischen. Aber, Freunde, ohne große Probleme. Auch wenn es schon ein bisschen knapp war, muss ich sagen. Aber der Hund ist auf unserer Seite richtig. Und, wow, jetzt haben wir oben und unten ein Rohr. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir zeichnen ein Kreis. Let's go! Und ich hoffe... Wow, wow, wow. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Was passiert mit dem Hundekopf? Er ist auch in der Röhre drin. Halt dich, kleiner Mann. Und, wow, er hat es gerade so überlebt. Oh, die Bienen sind ja richtig aggressiv. Aber mithilfe unserer Bälle, die wir zeichnen, werden wir ihn jedes Mal... Oh, was retten. Alles klar. Es gibt jetzt sogar zwei Hunde, die wir retten. Und was ist dieser Schlüssel? Okay, ich würde sagen, so, wir zeichnen mal hier diese Bälle. Und, oh, die Bienen haben keine Chance gegen unsere Zeichnung. Ihr seht es. Und wir haben jetzt anscheinend einen Schlüssel eingesammelt. Was können wir jetzt hier mit diesem Schlüssel hier machen? Und, ah, wir können hier Kissen öffnen. Okay, wir entscheiden uns natürlich für die goldene Mitte. Und, wow, 17 Münzen. Rechts, Freunde, 18 Münzen. Und 14 Münzen. Alles klar. Ich glaube, mit dem Jackpot wird das Ganze nix. Was können wir uns denn mit den Münzen kaufen? Ah, wir können jetzt hier verschiedene Emojis kaufen. Verschiedene Köpfe. Oder hier Charakter oder verschiedene Zeichnungen. Aber was würde eigentlich passieren, wenn jetzt nicht die Hunde retten würden? Ey, ihr Hunde. Aber ich würde sagen, so, Freunde, rest in peace. Wir schreiben Rippin. Haha. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, sie werden angegriffen. Nein, wow, sie rollen weg. Und werden komplett zerpiekst einfach. Aber, ähm, alles klar. Das war nur für die Wissenschaft. Diesmal werde ich euch aber retten. Hier seid ihr in eurer Hundehütte. Wow, hoffentlich. Jawohl, sicher. Stabil, Freunde. Ist natürlich unsere Hundehütte, die wir gebaut haben. Aus den feinsten Materialien ausgewählt. Damit es unseren Hunden natürlich hier sehr, sehr gut geht. Und da haben wir auch das nächste Level erfolgreich bestanden. Okay, kleiner Mann, du hältst dich fest. Alles klar. Und wie lösen wir das Level am besten? Ich würde sagen, wir probieren es so zu zeichnen. Okay, wird das Ganze ausreichen? Oh, 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 oh. Wow, alles klar, halt dich fest. Keine Angst, keine Angst. Er guckt richtig schockiert immer. Er hat immer richtig Panik. Aber die Bienen fliegen schon von alleine weg. Macht er darüber keine Sorgen. Und jetzt ist es uns verboten, in diesem ausgewählten, rot markierten Bereich unsere Bälle zu platzieren. Deswegen würde ich sagen, so machen wir das Ganze hier. Und ich glaube, das ist genau die richtige Lösung. Boah, sie greifen von links an, von rechts. Die Bienen sind richtig aggressiv. Sie wollen unbedingt den Hund stechen. Was hat der Hund euch denn getan, ey? Und dann verschwinden sie wieder. Und jetzt haben wir schon drei Hunde. Einfach eine ganze Familie. Also Papa, Mama und der kleine Hundesohnenmann am Start. Und ich würde sagen, stopp. Hier kommt ihr. Oh, nicht vorbei. Wir dürfen ja im roten Bereich nicht mal. Dann machen wir das Ganze so. Oh, ich glaube, ja. Wird es ausreichen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Bälle sind richtig aggressiv. Aber keine Sorge, Hundefamilie. Ihr seid bei mir auf jeden Fall sicher. Und let's go. Oh, da fliegen sie wieder zurück. Und ihr seht es. Mit jedem Level wird es immer schwieriger. Hmm. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich würde sagen, wir probieren mal. Warte mal. Können wir eigentlich nicht einfach hier das Rohr so zumal? Dass die Leute nicht rauskommen? Oh. Ich glaube, das hat... Äh, sorry. Das hat... Nein, nein, nein. Das hat nicht gut geklappt. Ich glaube, das war leider nicht die Lösung für das Problem. Wir probieren es mal so. Und... Nein, nein, nein. Das ist schon umgefallen, unser Konstrukt. Bevor es überhaupt losging, ey. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir probieren es mal so. Oh, okay. Ich glaube, so aus vielleicht. Und nein. Es fällt auch um. Oh, nein. Die armen Hunde. Sorry, dass ihr so oft gepikst werdet. Es tut mir leid. Aber diesmal schaffe ich es. Können wir nicht eigentlich so einen Strich zeichnen? Dass der... Ah, schaut mal. Und der fällt einfach ins Loch runter. Und jetzt kommen die Bienen trotzdem nicht durch. Perfekt. Das bedeutet, diesmal haben meine zwei Kügelchen hier... Überlebt hier. Meine zwei Hundeköpfe. Oh, wir haben einen neuen IQ freigeschaltet. Smart. Das bedeutet, wir können eigentlich immer hier überall hinzeichnen. So, ich würde sagen, wir zeichnen das Ganze jetzt so. Und genau das Konstrukt fällt runter. Und jetzt haben die Bienen hoffentlich keine Chance hier, genau, unseren kleinen Welpen hier zu stechen. Perfekt. Okay. So langsam haben wir die Taktik auf jeden Fall raus. Können wir jetzt nicht einfach hier so einen Strich drüber ziehen? Was passiert hier? Und... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sie schieben den Strich nach oben. Sie schieben ihn nach oben. Nein, nein, nein. Aber, aber sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch. Das ist natürlich das Wichtigste. Und guck mal, manche Bienen kommen nicht mal zurück in ihre Röhren einfach rein. Oh, und jetzt müssen wir einen Kreis zeichnen. Schaut euch diesen wunderschönen Kreis ein. Und der fällt jetzt da rein. Und... Ah, okay. Er schließt sozusagen die Lücke, dass er natürlich auch nicht gestochen wird. Haut ab, Bienen. Tschüss. Weg mit euch. Keiner mag euch hier. Let's go. Oh, ich frage mich auch wirklich, was hat der Hund den Bienen angetan, ey? Dass die immer so aggressiv sind. Oh nein, wir haben unseren Hund einfach runtergeschmissen. Oh nein, Freunde. Das wollte ich gar nicht. Der ist einfach selber reingefallen. Ah, okay. In dem Bereich können wir ja nicht zeichnen. Probieren es mal so. Aber ich glaube, nein. Dann fällt er wieder leicht runter. Oh Gott, oh Gott. Der ist wieder jetzt noch gefallen. Können wir nicht eigentlich hier eine riesengroße Kugel zeichnen? Und ihn runterschmeißen? Und... Ah, und dann die Lücke schließen. Wie uns beigebracht wurden. Perfekt. Und jetzt ist unser Hund zwar ins Loch gefallen und kopfüber, aber er ist glücklich, weil er... Oh, wurde nicht gestochen. Okay, Freunde. Die goldene Mitte und elf Münzen. Hier haben wir... Oh, 28 und 17 Münzen. Perfekt. Die snacken wir auch. Vielleicht können wir ja sogar einen neuen Skin noch freischalten. Jetzt wird es tricky. Okay, Freunde. Wir geben unser Bestes. Hier mit den Bällen alles zu zeichnen. Okay, ich hoffe... Oh nein, ich glaube, das klappt nicht, oder? Geht das Ganze so auf? Doch, natürlich. Schaut euch das Ganze mal an. Was auch immer wir hier gezeichnet haben, sieht ein bisschen aus wie ein H, also der Buchstabe H. Aber das Wichtigste ist, die Bienen, adieu, hasta la vista, gehen wieder zurück in ihr Rohr. Hä? Was ist das denn jetzt? Jo, der hat einfach super Kräfte, der Hund. Was geht denn jetzt davon? Ah, ich verstehe schon. Und er kann damit nach oben und nach unten gehen. Und ich würde sagen, Achtung, da fällt was auf dein Kopf drauf. Aber das ist nur zu deiner... Oh nein. Das ist sicher. Er ist voll ins Wasser gefallen. Okay, kleiner Mann. Alles klar. Neue Taktik. Und jetzt, nein. Nicht ins Wasser fallen. Bleib schön im Ring. Ja, genau. Bleib da drinnen. Nicht ins Wasser. Oh nein. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Wie knapp, ey. Okay, wir haben wieder einen Schlüssel am Start. Den müssen wir natürlich hier zack direkt einsammeln. Und ich glaube, das ist die Taktik. Perfekt. Ja, da fällt immer was auf ihren Kopf. Oh nein. Nicht, dass hier einer ins Wasser noch fällt hier. Ah, das könnte knapp werden. Aber perfekt. Braves Hündchen. Sehr, sehr gut. Ihr kriegt alle nachher einen, oh, leckerli und neues Level. Jetzt können wir zwei Linien zeichnen. Eins und zwei. Ah, nicht schlecht. Okay, die Level werden natürlich jetzt auch immer und immer krasser. Okay, mit zwei Linien ist das Ganze natürlich jetzt hier ein bisschen einfacher sogar, muss ich sagen. Aber da muss man sich auch mehr anstrengen. Okay, ich würde sagen, erste Linie machen wir hier. So. Und die zweite Linie platzieren wir hier unten. Und ich glaube, das war's, oder? Ja, perfekt. Easy peasy. Oh, okay. Oben, ja, die beißen aber schon richtig zu. Aus. Sitz, Bienen. Sitz. Ich weiß nicht, ob man den Bienen auch so Hundebefehle geben kann. Und, oh, wir sind brainy. Linie Nummer eins. Zeichnen wir jetzt hierhin mit den Bällen. Und Linie Nummer zwei. Oh nein, das war ein Punkt. Nein. Ich hab mich auch so gesehen. Ich hab nur einen Punkt gemacht. Oh nein. Das war ein Fail. So, hier. Das ist noch eine lange Linie. Und hier natürlich. Und, okay, jetzt solltest du... Oh, er ist mittendrin. Er ist voll in der Mitte. Aber es reicht. Es reicht, dass die Bienen ihn nicht erreichen. Wir zeichnen jetzt mal hier diese Linie. Oh, sorry, sorry. Und, oh, er rollt jetzt runter. Wiii. Ab geht's. Oh mein Gott, die Bienen daher. Die Bienen daher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Werden die Bienen ihn schnappen? Nein, 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 nein. Ich hoffe, jawohl, sie drehen wir auf. Wie mit so einer Murmel haben wir die einfach runterrollen lassen. Alter, würde ich sagen, ab geht es, runterrollen. Okay, okay, das war die erste Linie. Und die zweite Linie werden wir jetzt hier zeichnen. Bam. Und, oh, 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 es hat gek... Oh, oh, klappt es? Oh nein. Die haben die Banken um ihr Leben. Die wurden denkst du, alter, was passiert hier? Aber, okay, wir haben es gerade noch so geschafft. Ich dachte kurz. Drei Linien. Okay, Freunde, ich würde sagen, erste Linie kommt hier hin. Guck mal, wir zeichnen einfach eine Eins hier hin. Perfekt. Wow, okay, damit... Oh, oh mein Gott, ich habe die perfekt gesaved. Schaut mal. Ich brauche nicht mal drei Linien. Das Problem ist jetzt, wie kümmern wir uns um den? Okay, ich würde sagen, wir zeichnen so eine Linie. Und, yo, die dritte Linie brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen auch eine Drei einfach hier hin. Let's go. Okay, werden wir es schaffen? Oh, es fällt runter. Es fällt runter. Ja, das sieht gut aus. Die Bienen sind jetzt in meiner gemalten Drei drin. Es hat wirklich geklappt. Ich habe einfach nur das Spaß in der Eins gewandt. Es hat ja perfekt... Oh, als Schutzbunker funktioniert. Und zwei Linien wieder. Okay, dann würde ich sagen, die erste Linie malen wir hier. Und die zweite. Achtung, Leute. So, wir machen hier eine Runde. Perfekt. Und die Bienen haben keinen Durchgang. Komm, versucht es erst gar nicht. Geht wieder zurück in eure Röhre hier rein. Ja, genau. Tschüss. Hä? Warte mal. Hey, da hat es mir eingeschlafen. Hey, aufstehen, Kollege. Das kann ja wohl nicht sein. Was geht denn ab? Der ist einfach eingepennt, ey, in der Luft. Und wir mussten ihn einfach aufwecken. Aber, Freunde, ich glaube, wenn wir das Level bestanden haben, dann können wir uns, glaube ich, einen neuen Skin freischalten. Genau, Level 25 haben wir auch bestanden. Jihau. Wir haben uns jetzt den Cowboy-Skin freigeschaltet. Schaut euch mal jetzt die Hunde einfach mit dem Cowboy an. Ähm, erst mal. Ey, aufstehen, Cowboy-Hund. Aufstehen, Cowboy-Hund. Gut, da haben wir beide aufgeweckt. Und jetzt würde ich sagen, guck mal, wir zeichnen so ein M hier drüber. Perfekt. Eine Brücke, die natürlich stabil ist wie... Oh, oh, oh mein Gott. Okay, so stabil. Oh, 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 oh. So stabil war sie doch nicht. Aber sie haben es überlebt. Das ist das Einzige, was zählt, was der Rest, äh, mit dem Rest war. Ist egal. Hey, aufstehen, Kleiner. Oh. Okay, ich glaube, wir sollten ihn nicht aufwecken. Ah, wir müssen erst mal eine Linie zeichnen. Und jetzt ihn aufwecken. Und jetzt die zweite Linie zeichnen. Oder, Freunde? Oh, okay. Ich glaube, das ist es. Ja, das war die Lösung. Oh, aber da muss man schon ein bisschen... Ja, das ist ein High-IQ-Level, Freunde. Da muss man schon ein bisschen nachdenken. So einfach war das Ganze nicht. Der Ballkreis wird gezeichnet. Und jetzt würde ich sagen, meine Cowboy-Jihau. Steht einmal auf perfekt. Und perfekt. Ohne große Probleme. Oh, guck mal. Jo, die fliegen sogar mit dir nach oben. Oh, die drehen sogar noch eine Runde. Was geht denn da ab? Wie sollen wir das Level jetzt bestehen? Mit einer einzigen Linie. Okay, ich glaube... Oh, das könnte... Nein, es sein. Sie wurden komplett weggestochen. Vielleicht mal mit der Linie so ein bisschen kürzer. Wir können eigentlich sowas malen, oder? Wie sieht es so aus? Oh mein Gott. Ich glaube... Oh nein. Sie fliegen drumherum. Der riesengroße Ball wird jetzt hier gemalt. Und ab geht es. Wow, 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 wow. Kommt da einer durch von unten? Oh, oh mein Gott. Und? Okay, sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch. Tschüss. Verabschiedet euch. Ihr habt keine Chance. Level Nummer 30, Freunde. Ich würde sagen, ein letztes finales Level. Oh, machen wir. Und wir können nur noch eine Linie benutzen. Wie sollen wir das am besten machen? Wir probieren es mal so. Oh nein. Oh nein. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. So vielleicht. Oh, und jetzt. Oh, aufstehen natürlich. Und ich glaube, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Er hat zwar Angst vor seinem Leben, der Cowboy, vor ein paar Bienen. Aber wir haben auch das Level erfolgreich geschafft. Let's go, Freunde. Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Save-Balls-Video. Wir haben wirklich das Leben von so, so vielen verschiedenen Hunden gerettet. Vor dem Angriff von bösen Bienen. Oh ja. Und die Bienen hatten wirklich keine Chance. In meinen Händen seid ihr auf jeden Fall sicher meine Hundeköpfe. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das war's für den heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.